Hallo zusammen, ich bin Felice Mastrovita, ich bin 32 Jahre alt, ich bin hier in Zürich geboren. Ich bin Italiener und arbeite bei der Rehab AG. Ich bin 2003 mit dem Auto verunfallt und leide seitdem an einer inkompletten Paraplegie. Gerade nach einem Unfall, ich habe damals in der EHA meine Freundin kennengelernt. Und ich war wirklich in einem Loch, was Selbstvertrauen anbelangt und alles. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Mein grösster Erfolg war, dass ich sie quasi erobert habe. Stärke bedeutet für mich, sicher einmal die Ruhe zu bewahren in allen Situationen. Das Erste, um mich auszugreifen, ist sicher einmal mein Hund, der Mido. Dann kommt der Sport, das Krafttraining. Felice sollte Mr. Handicap werden, weil er so ein aufgestellter Mensch ist. Er zaubert einfach jedem ein Lächeliges Gesicht. Und darum ist er genau die Richtung für das, weil er viel Kraft gibt. Als Botschafter für Menschen mit Behinderungen würde ich mich dafür stark machen, dass die Infrastruktur besser wird. In der Freizeit, ob es jetzt Konzerte oder Disco sind, bin ich immer der Einzige. Ich würde gerne mehr Menschen mit Behinderungen sehen. Ich nehme die Branche zu евativen und um mit Eltern zu beginnen. Ich bedenzeuge die Schwiegesche. Ich sehe die Menschen in der Freizeit um zu nehmen. Ich denke, es gibt den Branche in den Branche.